Mit 50 Fachkräften ist die Dreherei Föster aus Wetter spezialisiert auf das Vordrehen von Halbzeugen im konventionellen und im CNC-Bereich. Unsere hohe Anzahl leistungsfähiger Maschinen ermöglicht es uns, bei höheren Losgrößen auf mehreren Maschinen parallel zu fertigen und somit auch größere Aufträge schnell und termingerecht zu erledigen. Dabei haben wir uns auf das Vordrehen von Rundstahl, Freiformschmiedeteilen und Gussteilen spezialisiert. Zusätzlich bieten wir mit unserem Kooperationspartner im eigenen Hause zusätzliche Dienstleistungen wie Lohnrichten, Wärmebehandlungen und Auftragsschweißen an. Unsere Projekte werden im Dreischichtbetrieb umgesetzt und je nach Anforderung mit einer Schnittzugabe auf das fertige Endprodukt vorgedreht. Hier können wir mittlerweile Werkstücke von bis zu 2200 Millimetern Durchmesser und im Karusselldrehbereich sogar bis 3500 Millimeter Durchmesser bearbeiten. Wir realisieren Projekte nach Zeichnung in der Größenordnung von bis zu 17 Metern Länge bei einem Stückgewicht von bis zu 100 Tonnen aus allen gängigen Stahlwerkstoffen sowie speziellen Materialien wie Titan- oder auch Nickelbasislegierungen. Wir liefern Antriebswellen, Kolbenstangen, Flanschwellen für die Windkraftenergie sowie Produkte für die Raumfahrtindustrie, Schwermaschinen und Anlagenbau. Namhafte Freiformschmieden, Gießereien, Stahlhändler und Walzwerke zählen seit Jahren zu unseren zufriedenen Kunden. Die hohe Flexibilität und Termintreue resultiert aus der Möglichkeit, auf 30 Großdrehmaschinen gleichzeitig zu fertigen. Mit unserem neuen Geschäftsfeld, dem eigenen Stahlhandel von vor- und fertig bearbeiteten Schmiedeteilen, sind wir in der Lage, ein Monatsvolumen von 2000 und 3000 Tonnen zu realisieren. Dreherei Föste – seit 25 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für die Bearbeitung von Halbzeugschwerdrehteilen.